Wir treffen uns heute hier in der Fraktion und dem Bundesvorstand, um den Kolleginnen und Kollegen auch eine Zwischenunterrichtung geben zu können über den Stand der Koalitionsverhandlungen. Dem will ich natürlich jetzt auch nicht vorweggreifen. Eines will ich aber in großer Klarheit hier noch einmal sagen. Wir werden die Staatsfinanzen nur gesund kriegen, indem wir endlich die Bürger und insbesondere auch den Mittelstand mutig entlasten. Und deswegen wird das die nächste Regierung auch tun. Dankeschön.